Hit Radio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython73 und Echse, eure Tierfluencer. Heyo Leute! Was geht? Heute möchten wir euch mal ein sehr wichtiges Nutztier vorstellen. Die Rede ist vom Kugelschrei-Bär, von vielen auch nur Kuli gerufen. In der Regel laufen einem diese Tierchen ja zu. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals einen Kugelschrei-Bär gekauft zu haben. Aber er hilft den Menschen, wo er nur kann. Ja, und die Leute überschütten das Tierchen dabei regelrecht mit Liebe. Der Kugelschrei-Bär wird nämlich ständig gedrückt. Doch vermutlich lässt ihn das kalt, denn er verzieht dabei keine Miene. Hey, aber jetzt mal Real Talk. Oft wird der Kugelschrei-Bär nur ausgenutzt. Dann muss er für Firmen und sogar Parteien als Werbeträger herhalten. Es gibt übrigens einen Artgenossen, den schon Kinder viel toller finden und der viel besser behandelt wird als der Kugelschrei-Bär. Ja, ich hatte auch mal einen. Wir meinen nämlich den viel cooleren Pelikan. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you! Und denkt dran, reinschauen rentiert sich! Hitradio FFH. Tierisch gut.